Die deutsche Master-Synchron-Stimme, Dietmar Wunder, einen schönen guten Tag. Vielleicht erstmal gleich direkt gefragt, Dietmar Wunder, wie bist du zu diesem doch sehr außergewöhnlichen Beruf Synchronsprecher gekommen? Oft gefragt, wahrscheinlich schon oft beantwortet, aber jetzt ein letztes Mal für die Allgemeinheit. Also ich hab, das war 1990, da war ich in der Schauspielausbildung und hab Theater gespielt und mit einem Kollegen zusammen, Wolfgang Ziffer, und ich wusste, der macht Synchron-Regie und ich muss sagen, obwohl ich schon Schauspielausbildung oder in der Schauspielausbildung war und Sprachunterricht hatte und sowas alles, ich wusste nicht genau, wie funktioniert Synchron eigentlich. Ich war auch noch nie in einem Synchron-Atelier und fragte ihn, kann ich nicht mal zugucken kommen? Da meinte er, nee, Dietmar, du kommst gleich mit und ich, ach, da gibt es eine kleine Rolle, finde ich schon was für dich. Und ich glaube, eine oder zwei Wochen später war ich dann im Synchron-Studio, für mich wahnsinnig aufregend, weil ich das gar nicht kannte. Ich kam ins Studio und da saßen, ich glaube, drei oder vier junge Kollegen in meinem Alter, die aber schon so seit Kindheitstagen synchronisiert haben. Und das hat mich natürlich nochmal zusätzlich unter Druck gesetzt, weil ich dachte, oh Gott, die können das ja und ich hab keine Ahnung. Und dann komme ich also vor das Mikrofon, der Wolfgang erklärt mir, das machst du so und so, das war die Serie Happy Days. Und das war, und da hat er gesagt, guck mal, das bist du, das war ein Student und der hat rumgestottert die ganze Zeit, weil er nervös war. Und da dachte ich so, ach, was machen wir jetzt? Also, ja, du hörst den O-Ton an, den Originalton und dann machen wir den Originalton aus. Und dann synchronisierst du sozusagen auf die Lippen, aber du hast ja vorher gehört, wie er es gespielt hat, der Text lag vor mir. Und da muss ich sagen, also, das war schon echt eine Herausforderung. Erstens, okay, jetzt so macht man das. Zweitens musste ich stottern und das Ganze noch so, dass es sich echt anhört. Also, das war für mich so wirklich so die Härteprüfung gleich am Anfang so. Witzigerweise kam der dann wieder. Das war also sozusagen meine erste kleine Serienrolle. Aber das werde ich nie vergessen. Das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht vom ersten Tag an. Und dann hatte ich ganz viele liebe Kollegen, die mich an die Hand genommen haben und gesagt haben, pass auf, ich stelle dich da und da vor. Und ich habe gemerkt, neben der Schauspielausbildung auf der Bühne zu stehen und auch vor der Kamera, hatte der Umgang mit Sprache, mit Sprache zu spielen, mir schon damals wahnsinnig viel Spaß gemacht. Jetzt hast du das gerade angesprochen, diese Schauspielausbildung. Braucht es da eine spezielle Ausbildung effektiv? Oder ist das manchmal vielleicht auch so, dass man sagt, hey, stell dich doch mal ins Studio, probier mal, wenn es klappt, ist gut. Also, ich würde es mal so beschreiben. Also, wenn du als Kind gecastet wirst oder meinetwegen, es gibt ja natürlich auch Kinderrollen oder jugendliche Rollen und du noch in Anführungszeichen recht unbedarft von einer Schauspielerei bist, dann ist es oft so, dass Jugendliche reinkommen oder Kinder beim Synchronisieren und das dann anhand der Jahre der Erfahrung lernen, wie man synchronisiert. Wenn mich jetzt jemand fragt, ein junger Schauspieler oder Schauspielerin, ich möchte synchron machen, dann sage ich, da gehört auf jeden Fall Schauspielkunst dazu, weil man muss sich das ja so vorstellen, dass wenn ich da eine Szene nachspiele, muss ich ja wissen, wie ich mit meiner Stimme, mit meiner Haltung umgehe. Also, wenn jetzt meinetwegen einer weint, dann muss ich ja wissen als Schauspieler, wie rufe ich es hervor, in mir selber so zu klingen, dass es eben nicht gekünstelt klingt, dass ich weine, sondern dass ich wirklich weine. Wie klingt meine Atmung, wie klingt meine Stimme, wenn ich renne, wie atme ich da eigentlich? Und das sind alles so für mich, ich versuche es immer so zu beschreiben, aus meinem Schauspielgedächtnis, meiner Schauspielerinnerung, rufe ich dann das jeweilige emotionale Empfinden dann wach oder beziehungsweise hervor und versuche das umzusetzen. Wie meinetwegen, wie klinge ich, wenn ich gewirkt werde, wie klinge ich, wenn ich liege und sowas. Alles, dass man dann weiß, wie stelle ich das dar, also wie mein Instrument, wenn ich jetzt Gitarrist oder Pianist bin oder sowas. Und die Fingerfertigkeit, die muss ich ja haben und das, finde ich, musst du auf jeden Fall lernen, bin ich der Meinung. Und auch der Umgang mit dem Mikrofon, also es ist zum Beispiel mal ganz witzig, wenn Leute im Atelier sind und es heißt, sei mal ganz laut, denken ganz viele oft, wenn sie es noch nie gemacht haben, da ist ja ein Mikrofon, da kann ich ja laut sein. Nein, nein, du musst richtig laut schreien, weil dann der andere denkt, da ist doch das Mikrofon, das steuert es doch. Dass man sagt, nee, du musst das Mikrofon komplett vergessen, es ist so, als würdest du es authentisch nachspielen. Das gibt es in den letzten Jahren in den Schauspielausbildungen zunehmend mehr, so eine Art Mikrofontraining und auch Arbeit am Mikrofon mit Synchron, weil halt in den letzten Jahren auch erkannt wurde, dass Synchronisieren auch ein Teil des Berufsfeldes ist. Sehr interessant. Du bist die deutsche Stimme von Adam Sandler und natürlich auch von Daniel Craig in seiner Rolle des James Bond. Wie bist du zu dieser spezifischen Rolle gekommen? Also gibt es da irgendwie Anfragen? Wie kommt man dazu? Wird sowas ausgeschrieben? Also 2006 gab es die Neuankündigung, James Bond ist nicht mehr Pierce Brosnan, sondern Daniel Craig. Und es war so, dass dann ein Probesprechen stattgefunden hat. Daniel Craig hatte ja schon vorher Filme gedreht. Und da hatten andere Kollegen ihn gesprochen, aber es gab noch keine Feststimme. Und dann wurde, glaube ich, über ein halbes Jahr lang gecastet und im Grunde genommen aus ganz Deutschland ganz viele Schauspieler, die halt das Taumel von Daniel Craig hatten. Und ich kam irgendwann dazu und das war, glaube ich, im Sommer. Also im März haben sie angefangen. Und im Sommer, werde ich nie vergessen, da habe ich mir diese kurze Szene angeguckt. Und zwar war das die Szene, wo M und er in ihrer Wohnung sitzen und diesen Schlagabtausch haben mit diesem Doppel-Null-Agenten, haben eine äußerst kurze Lebenserwartung. Und das werde ich nie vergessen. Da habe ich dann wirklich mit Gänsehaut diese Szene erst mal gesehen und dachte, wie cool ist das denn bitte? Ich darf jetzt Probesprechen auf James Bond, Daniel Craig. Und weil ich ja schon immer den Traum hatte, ich wollte Schauspieler werden, weil ich Sean Connery als Bond gesehen habe. So, da stehe ich also 2006, mache dieses Probesprechen und es ist fertig und ich denke, das war alleine das, was schon wert zum Probesprechen zu kommen und einmal Daniel Craig oder James Bond synchronisieren zu dürfen. Und dann sagte mein Tonmeister noch, Dietmar ganz ehrlich, das passt schon echt cool drauf. Also das passt irgendwie. Und ich habe es mir angehört, habe geschmunzelt und dachte, fühlt sich gut an, aber das entscheide natürlich nicht ich. Und dann wurde das ausgesendet zu Sony Pictures damals noch in Deutschland. Dann wurde auch nach England das geschickt und also da waren ganz viele Leute involviert und ich habe sogar gehört auch Barbara Broccoli, also die Urproduzentin bzw. die Produzentin der letzten Jahre mit dem Michael G. Wilson zusammen. Und dann merkte ich, okay, es gab noch keine Absage die erste Woche, die zweite Woche auch nicht. Und da habe ich irgendwann Anruf bekommen, du Dietmar, du bist immer mehr im inneren Kreis und du hast ganz große Fans. Und ich so, wow, wäre das cool, wäre das schön. Und irgendwann stehe ich auf der Straße, wollte gerade ins Auto einsteigen, da klingelt das Telefon, da ist die Produktionsfirma ran und sagt, Dietmar, du arbeitest jetzt für den Geheimdienst ihrer Majestät. Da habe ich mich wahnsinnig gefreut. Das ist natürlich auch ein sehr, sehr geiler Call. So cool. Das war wirklich, das war wirklich sehr. Ach ja, mache ich mal. James, du arbeitest jetzt für den Geheimdienst, genau. Ja, wann kann ich kommen? Komme ich mit dem ersten Martin? Morgen hätte ich Zeit, genau. Dietmar, hast du Lieblingsszenen in einem Film? Also du siehst das ja sicher hunderte oder tausende Mal. Kann man da irgendein Gefühl für eine Szene entwickeln, wo man sagt, ach doch, das finde ich immer noch lustig oder das finde ich immer noch sehr ergreifend. Gibt es Lieblingsszenen innerhalb eines Films, wenn man ihn selber synchronisiert? Auf jeden Fall. Also ich weiß noch, zum Beispiel bei Casino Royale natürlich war alleine, auch wenn es nur kurzer Satz ist sozusagen, am Ende des Films, als er sich vorstellt das erste Mal mit dem Namen. Das war natürlich eine der Szenen, wo ich sage, Mann, war das toll, das zu synchronisieren. Aber auch die Szene mit Vesper im Zug, diese unheimlich intelligente Art, den Schlagabtausch zu führen, das war auch wahnsinnig schön, das zu synchronisieren. Und auch die Martini-Bestellung. Aber ich muss ganz ehrlich gestehen, es gibt in jedem der jetzt dann auch fünf Bonn-Filme mit ihm, in jedem Film mindestens ein oder zwei Sätze, wo ich sage, oder auch Szenen, die wahnsinnig viel Spaß gemacht haben. Und wo ich dann auch schon beim Synchronisieren innerlich geschmunzelt habe und dachte, dass du das mal sagen darfst oder das zu synchronisieren, das gibt es natürlich auch bei anderen Filmen mit anderen Schauspielern, gibt es aber ganz, ganz oft. Was vielleicht vielen jetzt schon während unseres Gesprächs aufgefallen ist, du hast eine sehr, sehr einzigartige Stimme, eine sehr, sehr schöne Stimme, eine beruhigende Stimme. Ja, wenn man da mal die Augen schließt und ein bisschen die Lautstärke hochdreht mit Kopfhörern, dann wird man das dann auch sehr schnell feststellen können. Muss man sowas wirklich haben oder kann man sowas trainieren? Also kann man zum Beispiel sagen, hey, deine Basis ist schon gut, aber da muss noch ein bisschen Training ran oder ist das einfach eine Gottesgabe? Erstmal vielen, vielen Dank für das Kompliment. Da freue ich mich sehr. Für mich selber ist es so, ich bin mir dessen nie so richtig bewusst gewesen. Also ich werde nie vergessen, ich habe Anfang 20, habe ich mal irgendwann Theater, nicht irgendwann, sondern im Renaissance-Theater in Berlin hatte mir jemand ermöglicht, dass ich da vor dem Dramaturgie-Chef vorspreche. Ich war ganz engagiert und habe die Rolle gespielt und da meinte er danach, naja, also ganz ehrlich, wir müssen natürlich an der Rolle noch arbeiten. Ich hatte damals, glaube ich, noch nicht mal richtig Schauspielausbildung, sondern nur Schauspielstunden und aber er sagt, und das fand ich wahnsinnig faszinierend, er meinte, Herr Wunder, Sie haben da was in Ihrer Stimme. Da war ich Anfang 20, machen Sie da was mit. Ob Sie in den Gesang gehen oder Schauspieler oder ins Radio gehen, aber Sie haben eine ganz markante Stimme und das war mit Anfang 20, das hat er damals schon gehört. Und ich habe mir dabei aber nichts gedacht. Ich habe immer schon, auch schon als Kind, wahnsinnig gerne mit der Stimme gespielt. Und dann habe ich natürlich meine Schauspielausbildung gemacht und auch Stimmausbildung, Stimmtraining, Atemtechnik und so weiter. Und ich habe immer gemerkt, mir macht es wahnsinnig viel Spaß, aber ich habe es nie bewusst jetzt benutzt, dass ich sage, wisst ihr eigentlich, was für eine coole Stimme ich habe? Ich habe dann natürlich irgendwann angefangen auch, und das mache ich immer noch, meine Stimme regelmäßig zu trainieren, dass ich meinetwegen auch morgens wirklich mich einspreche für mich selber, Stimmsitz und sowas alles. Und ich habe gemerkt, dass ich denke mal seit Anfang der 2000er, als ich auch anfing mit Hörbüchern und dann auch mit Hörspielen mehr und Moderation auf der Bühne und dann das Synchronisieren, diese ständige mit der Stimme arbeiten können, da hat sich meine Stimme nochmal eine andere, tiefere Richtung entwickelt. Also wenn man jetzt teilweise Filme von mir von 2002 oder auch davor noch hört, da haben letztens auch Kollegen gesagt, das ist ja total interessant, da klingst du noch ganz jung, also von der Stimmnage her. Und das stimmt wirklich, ich glaube, das hat sich auch entwickelt, so wie, weiß ich nicht, wenn man Sport regelmäßig macht, dann hat man da ja auch irgendwann mal einen anderen Trainingszustand, als wenn man halt junger Sportler ist oder anfängt zu trainieren. Wenn jetzt jemand sagt, du, ich habe eine Stimme, die würde ich gerne ausbilden, ich behaupte, jeder hat eine schöne Stimme und man kann das einfach auch trainieren, beziehungsweise daran arbeiten, es jetzt künstlich natürlich in eine andere Richtung zu entwickeln, ist glaube ich schwierig. Also wenn einer tendenziell eine hohe Stimme hat, kannst du es tiefer trainieren, das kann man auch, ganz sicher, aber so das Grundnaturell, das ist natürlich jedem gegeben. Und ich behaupte, dass auch jeder singen kann und jeder hat auch eine schöne Stimme und muss einfach nur mögen, sich auch zuzuhören und beziehungsweise Geschichten zu erzählen. Hey Dietmar, das hat Spaß gemacht. Vielen lieben Dank. Thema, total, total. Ich sage auch herzlich danke, war riesig, war großartig.